hey moped freunde herzlich willkommen beim hw shop tv heute sind wir beim abknattern 2022 so soll die kamera umschalten und mal rüber schauen wer alles schon da ist treffpunkt ist wie immer an der rahl ab und neun nachher wird noch eine kurze fahrbesprechung kommen tankstelle fühlt sich langsam dann kommst du noch mal von hinten an was soll ich sagen heute abknattern 2022 mit wetter und heimlich glück gehabt jedes jahr das gleiche ich sag mal wir freuen uns auf eine schöne ausfahrt sind am ende wieder am vereinshaus ein bisschen speise vorbereitet getränke morgen ist der feiertag das heißt wir können ein bisschen länger sitzen vorher wird auch an sein weil es zu kalt wird und der platz füllt sich wie wir tanken haben auf wenn wir circa 100 kilometer fahren balkplatz büschel das lau haben wir heute hier mit seiner simson enduro umbau dabei völlig fasziniert wieder mit seinem telefon ich habe das kamera fressen waaah 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 fähig waaah Vielen Dank. 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 Vielen Dank.